Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 820 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Vielen Dank.